Herzlich Willkommen Leute zu ner Folge Brawlhalla, heute mit 4 Spielern Kunra, Nils und Kapuze sind mit am Start. Jetzt gehts Redi auf die Schnauze. Kapuze kriegt jetzt auf den Sack. Ja, wenn man Kapuze geübt hat, 15 Spielstunden. Warte, ey! Ich hab nicht 15 Stunden gespielt. Geübt, nicht gespielt. Hör doch mal auf, hier Waffen zu tauschen, wenn doch nicht alle eine haben. Wer ist? Ah, der hat so blöde Kuh dran ist. Ich hab's vergessen. Ich will zu meinem Bogen. Oh, jetzt hat er seinen Bogen, ja. Ich hab mich dran gehalten, dass wir auf dem Kapuze gehen. War das nötig? Ist es das, was du wolltest? Fühlst du dich jetzt besser? Ja, absolut. Nötig was in jedem Fall. Oh, ihr Fliegenfetzen, ey. Au. Die Lanze, hier kommt der Lanze, Jones. Hier neben dem, empfängt meine Lanze. Oh, dankeschön, Jones. Oh, da hat er ihn gerettet. Zack. Dive. Oh, der, der. Okay. Nee. Ja, als ob. Mach den Abflug. Oh, tschüss. From downtown. Oh, Mann, ey. Eigentlich wollte ich ihn in die Hand rieb. Nein! Wer war das? Der lief ist. Schön. Kommt noch! Aha! Aua! 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 Das hat weh. Ja, da kommen wir ja nicht wieder. Dominate! Why are you kidding me?! Shut down! Ah, nein! Nein! Keine Waffe mehr! Nein! Nils! Ich hab noch keine Waffe! Ich bin unbewaffnet! Anarmt! Au! Nach unten! Ja! Ach, die Fasslung! Wo die Futter! Hör doch mal auf, die ganzen Waffen zu looten! Ich hab noch keine! Nein! Die können alle wir! Okay, dann nehm ich weitere Hörnwaffen. Ich bin ja nicht im Peek sein, das ist ja schlimmer als ein ETA. Ich hab keine Waffe. Kommen wir ja, Jones? Nein! Ah, das kenn ich! Ah! Ich tu doch! Kass! Warte, den finische ich jetzt! Ich finische den, ey! Der ist schon so gut! Oh! Also ich finische den! Jetzt hat er da! Oh! 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 Nein! Ich bin doch dran! Geh nach oben, du Pfeife! Ah! 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 Fertig, komm her! Ah! Crap! Ja! Ah! Schesse! Ach, Scarlett! Sky! Nein! Ah! Hat euch den blöden Nils! Oder ist den blöden Nils? Ja, das is echt! Das finde ich gut! Hier.. Die blöde Nils! Ah! Edu! Wie lang die da gefaunst ist, ey! Hier wirklich und jetzt baukke! Da hier! Bob... Neun! Got to fight the jacket. Na komm mal her mein Freund. War das gerade geil. Da wurde ich immer in die eine Richtung getotzt. Nils Drissas. Oh nein. Da wird doch kaum was. Ich wollte nicht mehr dodgen. Ich schaff's nicht mehr. Nils, das war's. Hier. Was machst du da? Geh weg. Nein, das mach ich nicht mehr. Geh weg hier. Hier. Nein, ich kann nicht mehr springen. Ich das nicht. Oh, oh, tschüss. Och. Oh, ich krieg ganz schön aus dem Sack. Können manche durch den Stoff durchschlagen? Du blockst ja nicht unendlich lange. Du bist dann schon wieder. Der Angriff kommt so spät. Die doofe Queen muss weg. Bin ich auch der Meinung. Die Queen Nils. Lass mir doch den scheiß Bogen, ey. Komm da, John. Komm da. Hier, für dich. Ja, die Combo. Der Gauner. Ich glaube nicht. Ja, die Gauner. Ich glaube nicht. Ja, die Gauner. Ja, du Ganobli. Jetzt hab ich den. Und gelupft. Oh nein. Lupft er sich selbst? Hier Kapuze. Wie bist du? Ein bisschen Händenwürde. Hahahaha. 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 Ich bin... Hey! Ich war grad am Finischen. Ja, okay, okay, okay. Nein! Ohhhh. Ohhhh. Der Kuhlen. Der Kuhlen. Oh, der noch zwei. Das war's. Und drehen. Hallo. Hallo. Oh, mein Schätzchen. Oh, der war knapp. Ohhhh. Der Kombo ist fies. Ich hab einen roten Balken und er ist noch voll, ey. Das Spiel kam aber gut an, das find ich gut. Das find ich gut. Ohhhh. Ohhhh. Ich hoffe, dass der Nils kriegt. Nils. Go. Wie soll er das auch noch versauen? Nils. Ohhhh. Da kriegt er die Fresse. Ohhhh. Die Kombo ist nie. Die kann man nicht dort nehmen. Ja, die ist ja auch eine Kombo. Das ist ja der Trick an der Kombo. Ohhhh. Das ist doch die Definition von der Kombo. Ohhhh. Aber trotzdem. True Kombo, die sieht so leicht aus. Ahhhh. Ohhhh. Okay. Dann kommt er jetzt wieder. Ohhhh. 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 Hattori Anso, ey. Hattori Anso. Der Kunde spielt den Gangster oder was ist das für einer? Den, den Mafiosi? Hm. Mit der großen FAUSE. Wu, Wu Chang, Wu Chang. Ah, hast du auch schon Geld investiert? Ja klar, ich hab schon Skins für meine Chars. Standards sehen die Kack aus. Wie viel Geld hast schon investiert? 34,99$ Ja, mit sowas muss man ja konkurrieren, wenn man hier mitspielen soll, wenn kein YouTuber ist, ne? Mit Skins? Ich hab das auch nicht gesponsort bekommen! Ich unterstütze nur gern Entwickler von GOO! Hau doch mal! Bist du doof? Alter, jetzt ins Lernen was! Das ist auch ne Test-Map! Nein! 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 Du hast es aber nicht überlebt genug! Ah, ich hab's gemerkt! Leider, leider! Huuu! Queen Nils! Wann dreht die durch? Und kommt dann noch ein Apfel-Goi? Willst du dich wieder mit dem King anlegen, Jones? Was? Ey, geil! Ah, was? Geheimer Nebel oder so, ey! Irgend so'n magischen Bullshit! Magischen Bullshit! Queen Nils! Au! No, was war das jetzt? Mein Mann! Wu Cheng, mach dich jetzt mal! Hör doch mal auf, diese Scheiß-Kugel im Aufsehen! Keine Waffen mehr, hä? Hä? Jetzt kämpf ich gegen Wu Cheng, ähm! Nein! Hey, du hast doch... Die Kombu ist aber echt gut! Dankeschön! Ich hab noch einen guten... Oh! Oh, was? Gup! Was? 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 Unglaublich! Nein! Ich glaub... Uh! Uh! Glaub ich jetzt nur noch lebt! Nein! 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 Geh, warte ich mal erstmal... Nein! Nimm's da her, ey! Nimm's da her, ey! Hör auf! Ja! Hier! Komm jetzt her, ey! Ja! 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 Nein! Ich glaub's nicht! Komm jetzt her! Komm jetzt her! Oh Gott! Da! Gibt's nicht! Was war das denn lächerliches? Das war der Double! Oh! Dein Charakter ist einfach so viel schneller als meiner! Oh! Da liegt ne Biene! Ja! Ja, ich hab erstmal Knuckles geholt, ey! Achso, ja, gut, da helf ich dir! Äh, hab ich schon, hab ich schon! Hier, die Queen! Ja, die Queen! Die Queen! Die Queen! Go ahead, Jones! Go ahead, Queen! Jones, was willst du jetzt her? Komm jetzt, komm zu mir! Ja, wir haben ja ein Battle! Wir haben ja ein Battle! Komm zu mir, Jones! Hier oben! Okay, okay, okay! 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 Okay, also, ganz klares Mismatch hier! Keine Chance gegen den, mit dem Charakter! Ist aber viel zu langsam! Nein! Nein, 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 nein! Uh! Ah, er dreht sich ja da oben! Äh! Sprech nicht! Wui! Achso, warum treffe ich dich nicht? Nommi! Äh, falsch das. Nein, da! Diese Kombo ist einfach! Echt, wenn du da! Wer denn? Dann facken wir so gut schenken, ey! Was ist jetzt hier? Was ist jetzt hier? Die ganzen Kriminellen, ey! Dann kämpfen wir jetzt hier unten! Was? Ey! Da mischt sich mehr ein in den Kamm! Keine Waffe, hä? Wir brauchen keine Waffe! Dann, schau mal! Nicht! Die kommen doch! Weg! Weg! Hier oben liegen Knuckles! Ich brauche Knuckles! Den, warum bekomme ich jetzt den Kill nicht? Doch, habe ich. Es geht ja gar nicht um die Kills, Kunran, ja? Es geht um den Spiel kaputt! Jetzt gibt es hier einen Knuckle-Action! Uh! Ja, ja, ja! Oh, er ist hier oben wieder! Ich gehe hier nicht mehr raus! Und, we- Oh, da bin ich weg! Oh-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Die ganze Zeit. Funktioniert nur nicht. Geh weg! Ich schleich mich langsamer an. Geh weg. Nein, jetzt darfst du da. Eigentlich war kaputt jetzt unten, oder? Dadurch ist hier oben scheißgefährlich. Ich bin jetzt wieder unten. Jetzt müsst ihr gegeneinander. Dann ist das spannend. Uh! Ausgewicht, boy! Alle mit Speer? Alle mit Speer? Juhu! Ha! Der hat mir eben gefehlt gegen ihn jetzt. Uh! Nein! Alle im roten Bereich. Alle im roten Bereich. Alle im roten Bereich. No way! Oh! Uh! Nein! Ja! Nein! Nein! Uh! Oh! 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 Nein! Oh! 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 No! We сколько Boaz war ein spannendes Match. Zum Ende hin, wurde es dann ein bisschen taktischer. Sehr, sehr geil. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, dann schaut bei den anderen vorbei, und dann geht es nochmal im nächsten Mal wieder mit Brawlhalla. Bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss.